ARD Text im Auftrag von Funk Ha! Ich hab's doch gewusst. Was? Dass es heute gut kommt. Was will er? Nein, keine Enkel. Keine Enkel. Vielleicht will er mehr. Du hast ja auch keine. Finger weg vom Roten. Aber das ist doch mies. Eben nicht. Aber es bescheckt. Lass mich ein bisschen kutzeln, du miese Heimli. Weisst du, immer traurige Galerie. Wenn du nicht immer alles vergessen würdest, dass du das Gerennen nicht hattest. Ha! Ei, ei, ei. Find ich jetzt plötzlich. Die Rätsel ist gerade nicht so gut. Die Rätsel ist später noch wenig an der Messung. Zum Alten zu werden, ins Leben zu steuer, zum Früher zu sterben, ist der Tod nicht billig genug. Ich bin der Ruti. Das weiss ich jetzt. Sonst stehe ich auch mal am Haken. Bist du nicht gesehen, was? Hä? Alles muss man zweimal sagen. Hä? Was hast du gesagt? Ob du nichts bekommst? Hast du telefoniert? Hä? Alles muss man zweimal sagen. Ich denke, du reibst du besser zu wegen, als wenn du Mensa den Eindruck machst. Das ist einmal besser als umgekehrt. Wie? Schon ein bisschen schwächer eingestuft. Schon schauen sie ein bisschen besser, du Schlitzohr. Nein, nicht unbedingt besser. Aber länger. Das zählt. Nein, sie haben die Beerdigung vom Hessig vom Mantel für Donnerstag verschoben. Wieso? Geht sie besser? Ja, also. Und warum soll ich unbedingt profitieren? Ja, aber dass ich einen gewünschheffel. Wehe lan und gratis surfen. Sag. Ich mache doch keinen Wassersport mehr. Ich weiß nicht mehr, da ist noch ein Lappen. Geh mir bei Lueke. Geh mir up ein bisschen Lueke, was wir noch nie gemacht haben. Bis klein. Bereitsch. Und dann geht es noch ein Lappen, da ist noch ein Lappen. Untertitelung des ZDF, 2020